Wir haben heute ein originales Mexik-Rezest und wir backen heute Plätzchen. Ich freue mich. Ich hoffe ihr helft uns alle. Und wir haben Spaß in der Küche. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt alle eine Schlütze an. Auf Lenas Wunsch haben wir natürlich gesagt, mach mal den Teig heute mal richtig. Die Grundzutaten sind Mehl, Mandeln, Gemahle, Zucker und Zucker. Jetzt kann die Lena mal anfangen, das Ganze schön blöd zu geben. Die Heizucker natürlich. Die Heizucker. So, dann dürft ihr jetzt hier drüben schon mal den Teig ausräumen. Ich mache das Ganze, was ich hier mache, einfach mal da. Weil das legen wir nachher hier drauf und füllen dann ins Grunde das Gelee rein. Ja, danke. Wollen wir ein Gemeinschaftskeks essen? Gemeinschaftskeks? Ja, ein Test. Jeder Kekensstück. Schau mal, das bist du. Was? Oh Gott! Was ist das? Die Haare sind nicht mehr genug. Das ist ein Blumen. Okay, ja. Das ist ein Blumen. Ich bin ein Blumen. Ganz gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Okay, dann. Das ist ein Blumen. Ja, gut. Ja, jetzt haben wir einige Plätzchen gebacken, ich glaube so 200-300 Stück waren es. Die sind auf jeden Fall lecker geworden und ich hoffe... Ja, unsere Zuschauer können das auf jeden Fall nachbacken, wenn ihr Lust habt. Die Zutaten dafür sind eigentlich auch Omex Parfüm enthalten. Viel Spaß beim Nachkaufen in diesem Sinne. Ja, viel Spaß beim Backen. Danke, tschüss.